Du willst, dass ich bei dir bleibe? Alexa, bewegen Sie jetzt Ihren Hintern an die Dachkante. Das ist unsere einzige Chance, die Diamanten zu bekommen. Bitte, Alexa, tu das nicht. Ich... Ich hab das nie gewollt, aber... ich liebe dich. Ich will dich nicht verlieren. Wo bleiben Sie? Ich kann es einfach nicht mehr. Dieses ewige Hin und Her. Wie wir uns anfangen und bekämpfen. Obwohl ich dich liebe. Dann lass uns doch aufhören zu kämpfen. Verdammt, doch mal jetzt und hier. Du... Du musst nur zu... Du musst nur zu mir kommen und... und alles wird gut. Alexa, Emilio hat die Möglichkeit, den Koffer auszutauschen. Und zwar jetzt. Ansonsten werden Sie den Tod Ihres Vaters niemals rächen. Sie werden immer zwischen uns stehen. Irgendwann gibst du mir wieder die Schuld, dass mein Vater Eva erschossen hat. Und du hast ihn auf dem Gewissen. Nichts wird gut, Ansgar. Tu es nicht, Alexa. Bitte. Ich liebe dich. Was hat mir das gebracht? Nichts. Deine scheiß Liebe macht mich fertig. Ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Oh Gott, Alexa, springen Sie nicht? Ich kann nicht mehr. Alexa? Hey, hey, Alexa, lass den Quatsch. Mach jetzt bitte keinen Scheiß, okay? Egal, was das Problem ist... Scheiße. Wir finden eine Lösung. Es gibt keine Lösung. Alexa, bitte. Nochmal, es gibt immer eine Lösung. Los, bringen Sie die Diamant in Sicherheit. Dann hoffe ich mal, dass Sie die richtigen Diamanten seid. Danke, Emilio. Gute Arbeit. Stimmt, das ist... Alexa wollte sich umbringen? Das ist ja schrecklich. Sollte Feiertag oder warum arbeitet keiner? Alexa, Alexa wollte sich angeblich umbringen. Sie wollte sich vom Dach stürzen. Mhm. Und ich dachte, sie hätte die Nächte mit dir erfolgreich verdrängt. Es geht mir gut. Ich muss nicht ins Krankenhaus. Hör zu, der Krankenwagen ist jetzt da. Du fährst besser mit, sonst nehmen sie dich gegen dein Willen mit. Können wir irgendetwas für Sie tun, Frau Berg? Komm schon, beeil dich, Emilio. Ich muss wissen, ob du es geschafft hast. Wow. Ich hätte nie gedacht, dass 85 Millionen so schön sein können. Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Ja, seltsam, oder? Wieso? Was hätte denn schiefgehen sollen? Sag mir, dass ich hier auf Diamanten im Wert von 85 Millionen gucke. Und dass Elisabeth oben in der Chefetage nur die Plagiate hat. Hast du nicht was vergessen? Sanchez. Keine Zeit für Spielchen. Also in meinen Augen sind eine Million Euro kein Spielchen. Weil es irgendjemand versucht hat, an die Diamanten zu kommen? Pech gehabt. Das ist die größte Investition, die wir seit langem gemacht haben. Wenn da irgendwas schiefgegangen wäre, dann... Hätte die Versicherung gezahlt. Das Ganze ist trotzdem ein viel zu großer Zufall. Alexas Selbstmordversuch ausgerechnet in dem Moment, wo die Diamanten geliefert werden. Du hast doch schon immer gesagt, dass sie etwas labil ist. Ja, und du darfst nicht vergessen, die Situation zwischen ihr und Ansgar, die ist schon belastend. Ja, ich will manchmal auch aus dem Fenster springen, wenn ich die beiden beim Frühstücken beobachten muss. Ich will auf jeden Fall nicht in ihre Haut stecken. Die ganze Zeit dieses Hin und Her, das ist ja auch ein bisschen zermürbend. Wie auch immer, es kann sein, dass wir irgendwas übersehen haben. Aber außer uns dreien und Lara wusste doch niemand Bescheid. Emilio habe ich eine halbe Stunde vorher eingeweiht. Also? Komm runter. Es lief alles wie geplant. Du warst doch gerade oben in der Chefetage. Haben die einen Verdacht? Null. Die werden schön die Straßklunker in den Tresor sperren und glauben, dass sie auf einem Vermögen sitzen. Und wenn sie die Wahrheit erfahren? Dann bemerken sie, dass die Versicherung gerade mal 100.000 Euro abdeckt. Tja, ein bisschen doof gelaufen, hm? Das hast du schön gesagt. 85 Millionen. Dann bring ich die Klunker mal runter in den Tresor. Wenn die wegkommen, haben wir ein echtes Problem. Tu das, Tristan. Und mach dir keine unnötigen Sorgen. Es ist ja alles gut gegangen. Tja, damit sind Elisabeths Tage als Chefin gezählt. Das wird dir das Genick brechen. Wer immer noch eine Million Euro. Was machst du denn hier? Ich hab Emilio gebeten, mir von Alexa zu berichten. Wenn unsere Marketingchefin durchknallt, dann sollte ich das wissen. Danke, Sanchez. Alexa hat für ihren Selbstmordversuch einen erstaunlich guten Zeitpunkt gewählt, findest du nicht? Wieso? War das irgendwas Besonderes? Wir haben gerade LCL Green gelauncht. Das Urteil im Umweltprozess steht kurz bevor. Die ganze Welt blickt auf LCL. Und Alexa hat nichts Besseres zu tun, als sich vom Dach zu stürzen. Dein Mitgefühl für deine Ex-Frau ist rührend. Du glaubst, dass sie das wegen Ansgar getan hat? Woher soll ich das wissen? Na ja, ihr beide hier. Ihr habt euch doch mittlerweile richtig gerne. Tristan, ich leite diese Firma. Sie ist die Marketingchefin. Es kommt bald eine Kollektion raus. Und natürlich sprechen wir. Aber nicht über Privates. Was soll das? Wenn Alexa irgendwas getan hat, das... Ist eine Überraschung. Für Sebastian. Streng geheim. Na ja, wenn du es sehen würdest, würdest du wahrscheinlich rot werden. Das wird zweifle ich. Aber so genau, wenn ich es gar nicht wissen, was ist mit Alexa... Jetzt pass mal auf, wenn du wissen willst, warum deine Ex-Frau springen wollte, fahr ins Krankenhaus und frag sie. Gibt es schon was Neues? Sie sind noch untersucht. Ich hätte nie gedacht, dass Alexa sowas tun würde. Sie ist... Sie ist nicht der Typ für einen Selbstmordversuch. Das hätte mir eigentlich schon gestern Abend denken können. Sie wirkte irgendwie so... enttäuscht. Vielleicht hat sie es ja auch absichtlich getan. Vielleicht hat sie nur so getan, als ob sie springen will, weil... weil sie dir einen reinwürgen wollte. Glaube ich nicht. Ich habe ihr einen Abschiedsbrief gelesen. Abgesehen davon. Ich war mit ihr da oben auf dem Dach. Sie wollte springen. Ich habe sie in ihrem Blick gesehen. Sie wollte wirklich springen. Das ist gut. Das ist nicht gut. Ich, ähm... Weißt du, ich stand da unten und... ich habe gedacht, jetzt muss ich zugucken, wie sie da runterspringt. Ich bin froh, dass du da warst. Ja, bin ich auch. Ich glaube, das gehört Alexa. Ich glaube, das gehört Alexa. Mein Gott, wo bleibt die denn? Aha. Willkommen zu Hause. Wie bist du hier reingekommen? Nein, 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 nein. Das ist nicht die Frage, um die es hier geht. Die wäre dann wohl eher... Wann bekomme ich meinen Anteil? Du schuldest mir eine Million Euro. Glaubst du, ich habe so viel Geld hier flüssig rumliegen? Das ist mir scheißegal. Ich will meine Kohle und zwar jetzt. Emilio, hör mir mal zu. Es sind schon dickere Fische erstickt, weil sie mich unter Druck setzen wollten. Nein, 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 nein. Warte mal. Wir haben doch einen Deal, oder? Sag mal. Warum reden wir über das Geschäftliche? Ich weiß, wenn wir vorher ein bisschen feiern. Oben in meiner Suite. Seitdem du es kennenlust. Gut. Gehen wir. Und wie fühlen Sie sich? Ich will einfach nur nach Hause. Hören Sie, ich hatte einen schlechten Tag. Und ich habe total überreagiert. Aber jetzt geht es mir besser. Also, kann ich nach Hause? Frau Berg, Sie haben versucht, sich umzubringen. Ich habe die Pflicht, zu beurteilen, ob Sie weiterhin suizidgefährdet sind. Bitte. Sollte es der Fall sein, müssen wir Sie vorübergehend zu Ihrer eigenen Sicherheit in eine geschlossene Einrichtung unterhalten. Sie wollen mich in die Klapse stecken. Nur zur Beobachtung. Und nur für zwei Tage. Und Sie wollte sich da echt runterspitzen? Ja, wollte sie. Das war echt nicht lustig. Wäre aber praktisch gewesen. Kim. Was denn? Ja, huu. Total schlimm, dass er sich umbringen wollte. Aber rein pragmatisch gesehen hätten wir ein Problem weniger. Hören Sie. Sie helfen mir am meisten, wenn Sie mich einfach gehen lassen. Also, gut. Also, ich habe es wegen Ansgar gemacht. Nach dem Tod meines Vaters. Da war er für mich da. Und ich habe angefangen zu glauben, dass ihm wirklich was an mir liegt. Ich habe mich geirrt. Das hat wehgetan. Das Ganze ist auch irgendwie meine Schuld. Alexa ist komplett Baller, Baller. Und das war sie schon immer. Es ist überhaupt nicht deine Schuld. Kim. Dieser ewige Kampf zwischen uns. Das war einfach zu viel für Sie. Ich habe ihn geliebt. Aber es ist jetzt vorbei. Und da oben auf dem Dach, ich... Ich wollte, dass er denkt, dass ich es seinetwegen tue. Ich wollte ihn bestrafen. Und dafür riskieren Sie also ihr Leben? Ich habe mein Leben nicht riskiert. Ich habe einen Abschiedsbrief hinterlassen. Ich wusste, dass man mich dann rechtzeitig rettet. Ja, guten Beliebtheitswettbewerb gewinne ich damit wahrscheinlich nicht. Aber das heißt ja auch, dass ich nicht suizidgefährdet bin. Wie geht es jetzt weiter? Keine Ahnung. Wenn es schlecht für Sie läuft, dann wird es in eine geschlossene Anstalt eingeliefert. Das ist doch super. Wenn Alexa in der Klapse ist, dann hat Tanja keine Kohle mehr und kann LCL nicht übernehmen. Dann hast du endlich freie Bahn. In zwei Wochen werden die Diamanten geliefert. Moment langsam. Wer bist du? Und was hast du mit der Kim gemacht, die ich kenne? Ich bin Kim. 2.0. Besser und überhaupt. Ansgar, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass Alexa endlich aus deinem Leben verschwindet. Sie wollen mit meinen Angehörigen sprechen. Ich habe keine Familie mehr. Sie leben bei der Familie Landstein. In Fällen wie diesen ist es üblich, das direkte Umfeld einzubeziehen, um zu einem Urteil über den Geisteszustand des Patienten... Mit meinem Geisteszustand ist alles in Ordnung. Jetzt komm schon, Ansgar. Du hast selbst gesagt, du willst hier los sein. Dann ist endlich Ruhe im Karton. Was würdest du tun, wenn... Wenn Sie sich bloß mit Frau Berg kennenlernen. Alexa, wie geht's dir? Ansgar. Was ist denn los? Wie geht es hier? Wir wollen ja ganz ehrlich kraftsanstehen. Ich würde gerne mit Ihnen kurz reden. Was, mit mir? Warum? Frau Doktor, für Sie. Einmal mehr, bitte. Wenn du auch nur ein Wort von dem, was du auf dem Dach gesagt hast, ernst gemeint hast, dann musst du mir jetzt helfen. Bitte, du darfst mich jetzt nicht hängen lassen, sonst sperren die mich ein. Komm bitte. Können wir da? Kommen Sie bitte mit. Sie sehen? Wow. 85 Millionen Diamanten. Wahnsinn. Nicht anfassen. Nur gucken. Sag mal, wann bekomme ich eigentlich meine Millionen, hä? Warum hast du es so eilig? Ich will einfach nicht von dir beschissen werden. Sanchez. Wir beide sind Partner. Und ich habe große, große Lust, auf diesen erfolgreichen Tag mit dir anzustoßen. Cheers. Darauf trinke ich gern. Wir haben dich eigentlich erst in zwei Tagen zurückerwartet. Am Ende ging alles ganz schnell. Mit der Zeugenaussage des ersten Offiziers war klar, dass keine der am Tanker beteiligten Firmen das Unglück verschuldet hat. Dann ist das Kapitel jetzt abgeschlossen. Cleared of all charges, wie man so schön sagt. Wir sind offiziell freigesprochen von jeder Beteiligung an diesem Tankerunglück. Danke, Sebastian. Das war hervorragende Arbeit. Ist Tanja gar nicht da? Ich hoffe, sie hat die Füße still gehalten. Sie hat nichts gegen mich unternommen. Im Gegenteil. Als dieser Ben Schöne mich entführt hatte, hat sie sogar mitgeholfen, mich zu finden. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ja, das bin ich auch. Übrigens habe ich, nachdem ich wieder frei war, ihr ein Friedensangebot gemacht. Aber sie hat abgelehnt. Ich meine, war sie ehrlich zu dir. Wo steckt sie denn jetzt eigentlich? Ich mag Männer, die wissen, was wirklich wichtig ist. Ich weiß nicht, aber ich glaube, sie wollte nach Königsbrunn. Gut, dann werde ich jetzt auch mal nach Hause fahren. Meine Verlobte überraschen. Sebastian. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Ach. Und ich mag Frauen, die wissen, was wirklich wichtig ist. Da bist du bei mir in der richtigen Stellung. Nach eingehender Prüfung, alle Fakten und ausführlichen Gesprächen sowohl mit Ihnen als auch... Können Sie mal zum Punkt kommen? Muss ich in die Geschlossene? Du hast mich hingehängt. Du Arsch. Graf Landstein hat angeräumt, dass Sie beide von Konflikten aufgeladen sind und daher für Sie beide eine emotional sehr belastende Beziehung haben. Das hat er gesagt. Vielleicht nicht ganz mit diesen Worten. Er hat mir auch bestätigt, dass Sie sich auf dem Dach ausgesprochen haben. Und er ist sicher, dass Sie beide einen Weg gefunden haben, damit umzugehen. Ja, das... Ja. Außerdem hat Graf Landstein mir versichert, dass seine Familie und er alles tun werden, um Ihnen in der kommenden Zeit Stabilität zu geben. Dann... Dann dürfen Sie nach Hause. Kann ich noch etwas für Sie tun? Danke, das wäre es erst mal. Bitten Sie doch, Frau Linse, an Ihre berühmt-berüchtigten Kräutertees zu machen. Willst du auch was essen? Ich bin sehr froh, dass Sie heil wieder zurückgekehrt sind, Frau Bergner, mir diese Bemerkung gestattet ist. Danke. Na komm, ich bring dich nach oben. Dir auch, Ansgar. Also, danke. Für alles, ich meine. Ohne deine Aussage. Du wolltest es wirklich tun, stimmt's? Ich hätte da oben auf dem Dach alles getan, damit du nicht springst. Ich hätte es echt wissen müssen. Was? Na, dass du gelogen hast. Du liebst mich nicht, du willst nicht mit mir zusammen sein, du wolltest nur, dass ich nicht springe. Ich hätte da oben alles gesagt, damit du nicht springst. Weil ich dich liebe. Warum denn sonst? So willst du mal sein, oder? Das war ganz gut, Sanchez. Ich weiß. Diamanten haben mich schon immer unglaublich angetörnt. Nur Diamanten also, ja? Hä? Hey, Tanja, ich bin's. Der Prozess ging früher zu Ende und das heißt, ich bin schon wieder da. Beziehungsweise gerade bin ich noch in der Firma. Aber du bist nicht hier. Ja, dann komm ich wohl am besten mal ganz schnell nach Hause. Bis gleich. Sag mal, kann es sein, dass du vielleicht ein bisschen... Emilio, zieh dich an. Hm? Zieh dich an und verschwinde. Sebastian, das ist auf dem Weg hierher. Er kann jede Sekunde hier sein. Ha. Ähm. Okay, aber du schuldest mir noch eine Million Euro. Nimm deine Sachen, quatsch mich nicht voll und verschwinde. Okay, war trotzdem geil, Süße. Geil. Ich hab das nie gewollt, aber ich liebe dich. Ich will dich nicht verlieren. Sag mir, dass ich gerade eine Halluzination hatte. Ich hab Alexa getroffen, auf dem Weg in ihre Suite. Keine Halluzination. Du hättest sie loswerden können. Du hättest die Ärzte und einfach nur ein bisschen bequatschen müssen. Alexa wäre hundertprozentig in der Klapse gelandet. Und so wie die Alte gerade drauf ist, wäre sie auch nicht mehr rausgekommen. Doch, das wäre sie, Kim. Früher oder später. Ja, und dann... Und dann wäre dieser Kampf in die nächste Runde gegangen. Ich will das alles nicht mehr. Also hat sie dich doch eingewickelt. Kim, du bist jung und musst noch viel lernen. In einem Krieg, der zu lange dauert, gibt's irgendwann nur noch Verlierer. Ich bin wieder da. Oh, hast du mich erschreckt. Das nenne ich mal eine herzliche Begrüßung. Kommt zur Tür rein nun schon der erste Vorwurf. Tja, das war ne Überraschung. Du bist zwei Tage früher zurück. Ich hab die Nachricht gerade erst gehört. Ich hab dich vermisst. Schön, dass du wieder da bist. Ist es das? Was? Schön. Ja. Möchtest du was trinken? Hast du dir wieder mal Arbeit mit nach Hause gebracht? Nein. Sollen wir anstoßen? Darauf, dass du wieder da bist, wir uns lange nicht gesehen haben und hoffentlich nicht die ganze Zeit streiten. Okay. Was ist hier los? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Was ist da drin? Nichts. Da ist also nichts drin, womit du Elisabeth um ihren Posten bringen könntest. Nein. Nein. Das war's. Aber ganz was. Das war's. War hence Bis zum nächsten Mal.